Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Ich wollte mich mal wieder mit einem Gameplay bei euch melden. Hier machen wir zusammen mit Archangel die Mission Bad Rap Evidence für den Prapor. Unser Ziel ist hauptsächlich das Case für den Prapor in den Customs abzuholen und unbeschadet zu entkommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Spielszenen. Los geht's. Ich sehe einen. Warte, ich muss die Tür nochmal zumachen, sonst komme ich nicht dran vorbei. Du siehst einen, sagst du? Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Nice. Der hat mich gar nicht gesehen, ne? Okay. Ja, okay. Oh, ich hab Sun, äh, ich hab einen Schlüssel bekommen. Geil. Pack den ein. Ich gehe hier gerade noch schnell an den Save. Aber der war... Der hast aber ganz schön durchlöschert, was? Also, der war total ahnungslos irgendwie. Ah, ahnungslos. Der hat gar nicht nach oben geguckt, ne? Vielleicht ein unerfahrener Spieler, kann ja sein. Ich glaube, der hat eine AKU gehabt. Nehme ich dann nicht mit, ne? Die kannst du dann haben. Okay. Wie gesagt, ich mag die AKU zurzeit nicht. Ja, ich wollte sowieso seine Marke mitnehmen. Schieß einer? Sag Bescheid, wenn du dein... ...item da... Da läuft einer, da läuft einer, unten. Oder bist du das gerade gewesen? Ich... Ich laufe ganz, ganz leise. Dann warst du es nicht, du. Hast du gerade geaimt? Ja. Okay. Also, ich... Ich... Ich aime auf die Leiche jetzt. Ja, ich gehe gerade schnell an den Save hier. Vielleicht ist er noch mal drin. Ne. Dann gehe ich schnell noch in den anderen Raum. An die Tasche. Mhm. Das Problem ist halt, dass man hier nicht drin safe ist. Das ist halt so. Oh ja, das ist halt so ein Punkt... ...wo alle sich treffen können. Mhm. Im schlimmsten Fall. Alter, ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, als ob hier irgendwo einer rumhockt. Wahrscheinlich wartet der, bis wir rausgehen. Ja, das kann auch noch sein. Du bist jetzt rechts von mir, ne? Also... Also, ich bin außerhalb an dem Gitter, ne? Okay, dann komme ich jetzt auch mal kurz hin. Ja, genau. Ich sehe dich. Oh, ich glaube, der hat sogar so einen Griff an der AKU. Cool. Hast du alles mit, ne? Grob, ja. Ja, okay, dann. Genau, geh du mal runter. Ich guck da mal raus. Wenn ich einen seh, sag ich direkt Bescheid. Also, ich gehe jetzt zur Leiche da. Irgendwo hinter der Halle, weißt du? Hm. Okay. Ich glaube, es sieht erstmal sauber aus. Oh, ich komme nicht rüber. Ich nehme mal eben, ich gucke mal eben, was der so hat. Ganz schnell. Ja. Ey, der hat einen Helm, ne? Welchen? Nur den normalen, oder? Das ist ein Callpack. Achso, okay. Ja, den kannst du dann haben. Und der war Level 3. Alles klar. Deswegen hat er mich nicht gesehen. Level 3 sagt alles. Okay, Level 3 sagt alles. Deswegen hat er mich nicht gesehen. Dann war das noch ein sehr, sehr unerfahrener Spieler. Jo. Aber, wie gesagt, ist jeder. Ja, es tut ein bisschen weh, sag ich mal, dass man halt so einen Neuling dann direkt erstmal wegpusten muss. Aber ist halt so. Gehört zum Spiel. Okay, dann geh mal hier rechts weiter, genau. Ja, ja, ja. So, ich muss jetzt nur noch raus hier. Also würde ich auch direkt sagen, so schnell wie möglich jetzt hier raus. Ah, genau, warte. Ich gebe dir den Schlüssel. Geht das hier? Ich hoffe. Warte. Äh, 218. Discard. Da. Da unten. Perfekt. Jo. Boah. Boah. Ich habe gerade so einen Adrenalinschock bekommen. Ich auch. Durch die Granate, ey. Woho. Granate, Renate. Granata. Okay, Bitcoin, ne? Vorne in der Hütte könnte einer drin sein. Würde ich sagen, geh mal da erstmal rein. Ja, warte. Einmal. Einmal reinstürmen. Yo. Yo. Tür auf breachen und dann... Zugriff! Ich mache mal die Jacken. Ja, genau. Dann loote du mal. Ich mache hier den Eingang safe. Dann kannst du gleich das Ding machen. Oh, uiuiuiuiui. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das muss da am Off-Spawn sein, oder? Beziehungsweise am Durchbruch. Hinter dem Metall... Hinter dieser Betonmauer, ja. Ja. Oder warte mal. Ich glaube, ich gehe raus in den Busch, oder? Ist sicherer. Mach das mal, ja. Für beide. Weil dann kann ich dich warnen, falls einer... ...dahin rennt. Hoffe ich ja mal, dass du das kannst. Also zumindest die eine Seite von der Halle kann ich ein bisschen beobachten. So, ich habe jetzt den letzten Ding hier durch. Ja. Ohne Figur. Mhm. Fährte Figur. Ohne Elfo-Lampe, aber... Ja, ja, genau. Die nehme ich aber mal mit. Ja, ja. Die kann man auch schön verkaufen. Aber ich glaube, die Schüsse, das waren mehr Pistols, oder? Ja, ja. Also, nichts Besonderes. Könnte man auch noch mit fertig werden. Jo, ich bin hier im Busch. Ja, ja. Ich bin hier im Busch. Ja, okay. Gehen wir unten hinter der Brücke dann raus, oder? Unten links dann? Ja. Genau, genau. Versuchen wir es, ja. Wenn es geht. Oder geht das sogar hier? Weiß ich gar nicht. Nee, 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 bei dem Truck hier vorne nicht, ne? Weiß ich nicht. Lass mal kurz hier in den Busch, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Jo, warte. Hier vorne. Guck mal so ein bisschen auf die Brücke. Mach das. Ob sich da irgendwas bewegt. Ich habe schon wieder den Heel-Gear-Bug, lol. Okay. Das heißt, ich sehe jetzt meine Heel-Stats und meine Ausrüstung gleichzeitig. Das heißt, ich kann mich heilen und, äh, und das Equipment wechseln gleichzeitig. Okay. Total buggy. Okay, ich gehe weiter. Ja, ich laufe. Ich habe jetzt ein Video gesehen, da hat ein Zweier-Squad, ein Fünfer-Squad-Plot gemacht. Nicht schlecht. Und die hatten alle M4 dabei und AKN full gear. Boah. Also, wenn mir sowas irgendwann mal passieren würde, dass ich ein ganzes Quad platt machen würde. Alter, ich, keine Ahnung, ich wäre, ich wäre so happy. Jo. Das wäre auf jeden Fall ein Video wert, ne? Hier durch den kleinen, äh, oder hier unter der Brücke. Lass mal hier unter der Brücke. Oh, ruckel, ruckel. Ah, ich sehe ein Bot. Wo? Oben. Oh, ich laufe weiter, ich laufe weiter. Scheiß drauf. Ich laufe auch weiter. Ich habe den angeschossen, aber... Keine Ahnung, ob der tot ist. Ich glaube, der hat sich nur hingelegt. Ich laufe weiter, ne? Ja, ja, ich bin auch jetzt links. Oh, das Feuer ist da, nice. Hoffentlich funzt es, ey. Normalt schon. Oh, mega leck. Ne, leider nicht. Ne, ne. Okay. Dann würde ich sagen, geh mal hier hoch. Ja, dann gucken wir mal, ob der eine Bot auf der Straße da liegt, weil ich habe den vorhin ein bisschen angeschossen. Ich sehe keinen. Dann ist er weggelaufen. Ja, wo ist jetzt der nächste Ausgang? Ähm. Also wir müssen jetzt... Am besten eigentlich zu der Tankstelle und dann halt rechts durch die Türen. Das ist so der schnellste Weg. Okay. Old Car Station oder, ähm... Die zwei normalen Bunker. Ah, da kommt einer, ne? Genau. Der ist da links von der Hütte. An der Pipeline. Also, an der Art Pipeline da. Mhm, mhm. Sitzt der da? Wo ist der Tod? Ich lauf mal links. Hä? Ah, warte mal. Am Auto ist einer tot. Jetzt läuft einer hinter dem Kassenhäuschen. Siehst du den? Ja, ich sehe den. Hat er sich jetzt hingelegt? Glaube ich mal. Ja. Sollen wir die erstmal hier in Ruhe lassen? Ich muss mal hier links, hier links, komplett links. Ja. Und dann erstmal hier rüber gucken. Problem ist, dass ich keinen Schalli dabei habe. Hm. Ich lade mal eben nach. Mach das. Also, was meinst du? Lassen wir die Typen erstmal da stehen? Und bringen die Mission jetzt zu Ende, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil, die Bots kommen auf jeden Fall noch. Oh, ich höre Schalldämpfer. Ja, ja. Schalldämpfer. Wahrscheinlich in den Dorns. Na, der will ich jetzt eigentlich nicht so richtig her. Ne, wir laufen außen rum. Ups. Hier müssen wir ein bisschen... Aua. Ich wollte gerade sagen, hier müssen wir ein bisschen leiser sein. Hm, genau. Aber egal, scheiß drauf. Bist du gesprungen? Ja. Okay. Ja, eigentlich die Tankstelle, das wird jetzt sehr brenzlig gleich. Hm. Das ist, wenn wir da durch sind, dann ist das eigentlich safe, meistens. Meistens, ja, aber nicht immer. Genau. Weil auch ein Bot schon mal gerne ein One-Hit drückt. Hm. Ja, oder... Da ist ein Bot, da ist ein Bot, da ist ein Bot. Wo? Du bist an der, an der, an der Holzding. Ah, genau, du bist in der Mell. Rechts von uns. Oder links. Ich habe gerade einen Labernhahn. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Ich laufe mal weiter. Oh, Schuss. Das war ein, aber ein merkwürdiger Schuss, irgendwie. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Mhm. Boah, jetzt ruckelt es wieder mal. Jetzt am besten hier in dem Busch rechts. Folg mir. Hm. Weil, ähm... Ich will ungern jetzt über die Tankstelle da. Da vorne schießen ein paar, ne? Ja. Ah, komm. Okay, keiner zu sehen bisher. Ah, ich spring mal hier runter. Ja, ich bin jetzt Richtung Tür, ne? Ja, ich sehe das. Hast du den Key dabei? Ja, ja. Mach mal an, locken. Ah, alles klar. Ich habe offen. Zweite Tür. Ich gehe durch. Ich bin rechts raus, ne? Ja, ich auch. Ich bin hinter dir. Ja, ich bin hinter dir. Ja, erstmal scheiß auf den Loot, weißt du. Hauptsache die Mission, genau. Weil das ist wichtig. Weil hier kommen ja gleich nochmal Bots. Ja, die müssten wir ja eigentlich da unten bekommen. Außer die haben eine SKS, dann wird's schwer. Ich habe Packer dabei, also normalerweise... Weil, wenn die SKS... Oder schießt einer bei der Gasstation. Okay. Hier rechts von uns schießt einer. Ja, ich bin lang... Leise. Ich schaue mal eben. Also oben ist keiner zu sehen. Ja, Bots, Bots, Bots. Okay, zwei sind down, glaube ich, oder? Hm. Ich lege mich mal eben kurz hin. Warte mal. Munition aufstocken. Also, mindestens zwei müssen hier noch irgendwo sein. Ne, da sind schon mehrere tot. Geh mal langsam runter. Komm, den da, ja? Scheiße, die Tür ist schon offen, ne? Oh, nee. Nicht, dass es hier schon... ...zu ist. Okay, den Griff können wir hier aber noch raus. Ja, ich sehe keinen mehr. Was haben die denn so? Schottis? M133er? Ah, die kann ich nicht mitnehmen. Ja, warte, ich save dich mal. Da vorne ist noch eine Leiche. Die agiere ich mal schnell noch an. Mhm. Der hat einen WT-Rig dabei. Jo. Und eine AKU. Aber mehr nicht. Ist auch okay, lass raus. Oder versuchen. Jo, jo. Warte, wir gehen gleich zusammen runter. Nicht, dass der eine hockt. Ja. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und sonst würde ich sagen, ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Tapio. Dannador. Bis zum nächsten Mal.